Wir haben gerade eben die Burg geschafft in Welt 7. Und sind jetzt ein Waschbär-Luigi. Allerdings werden noch einige schwierige Levels kommen. Was war das nochmal für eins? Achso, da geht es wieder rein. Ja, das war diese komische Fahrstuhlfahrt. Zum Glück kann ich da fliegen. Hä? Hä? Ach so, man muss den Aufzug tatsächlich auch benutzen, da. So, und jetzt geht's nochmal mit einem Aufzug hochzufahren. Mit einem P-Flügel könnte man das zwar alles überspringen, aber das wäre Verschwendung, weil das Level ist ja nicht sonderlich schwer. Nein! Okay, jetzt kommt nochmal eine Fahrstuhlfahrt. Was? Oh nein! Das habe ich Mist gebaut. Habe es aber zum Glück trotzdem geschafft. Okay, jetzt ist die spannende Frage, wo diese Piranha-Pflanzenröhre da hingeführt hätte. Ach so, ich glaube zu einem Item-Haus. Ich bin jetzt aber zu faul, da nochmal zurück zu gehen. Im Zweifelsfall ist ein Froschanzug drin. Hm, was kommt jetzt nochmal komisches? Hä? Ach so, das ist diese kranke Durchknallwelt. Ja, toll. Hier muss man immer die Sterne kriegen, sonst kann man es ganz einfach nicht schaffen. Ja, toll. Was jetzt? Öh, das war ja mal vielleicht mal abnormal. Jetzt habe ich auch nochmal ein Super-Waschbär deshalb verloren. Aber immerhin habe ich nochmal ein paar Ups, die ich ja unbedingt brauche. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich verschieße doch keinen P-Flügel. Ach man ey, immer gleich. Nein, ich wollte da jetzt gar nicht rein, ohne vorher ein Item zu benutzen. Na gut, dann versuche ich es halt einfach mal so. Okay, ich bin aus dem Bild gesprungen. Also benutze ich jetzt wirklich ein Item vorher. Ich könnte ja diese überschüssige Wolke benutzen. Das bringt's ja. Okay, jetzt benutze ich aber irgendwas. Nur was? Blumen habe ich so viele, da kann ich mal eine verböllern. Außerdem ist die in der Welt wahrscheinlich gut, weil man sich dann die ganzen böden Pflanzen abölern kann. Ja, so war das natürlich nicht gedacht. Wow! Ja klar, es bringt ja wieder nicht weit genug. Wow, eigentlich hat mich... Nein! Eigentlich hat mich das nämlich berührt. Aber zum Glück ist das Spiel manchmal auch großzügig. Error in Play! Warum geht denn der in die falsche Richtung? Was ist denn das für ein alter Fehler im Spiel? Was? Der hat schon wieder aufgehört? Das kann nicht sein. Ja, Blu-Ey! Was hätte ich denn da machen sollen? Ja, Blu-Ey! Was hätte ich denn da machen sollen? Diese komischen Fressabpflanzen, die da immer auf dem Boden sind, werden später nochmal richtig mies. Hier! Da böllern die nämlich auf einmal auch noch irgendwas. Okay, jetzt kommt das letzte normale Level in dieser Welt. Aber danach kommen noch ein paar abnormale. Ach nee, das ist so ein ganz nerviges. Weißt du was? Da setze ich jetzt einen P-Flügel ein. Von dem habe ich ja eh genug. Mal auf den Mist hier habe ich echt keinen Bock. Das Level dauert einfach nur ewig und ist aber dafür voll nervig. Kommt nicht mal irgendwas Interessantes. Man muss irgendwo dann rein, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr wo. Mist. Wenn ich einfach nur so nach rechts gehe. Dann geht es irgendwann einfach nicht mehr weiter. Ja, tatsächlich. Ich hätte da also wirklich rein müssen. So ein Mist. Na gut. Ne, hier muss man mit Sicherheit nach oben, oder? Ist ja immer so eigentlich. Ich weiß, es war jetzt eigentlich eine Verschwendung von einem P-Flügel. Ich hätte es auch so schaffen können, aber egal. Okay, und da das nächste Level sowas von abnormal ist, gibt es jetzt einen Cut. Ich weiß nicht. Spannabend. Spannabend. Musik. Aufmer Ich bin, wie gesagt.